Guten Tag und herzlich willkommen. Wir möchten Sie regelmäßig über das breite Portfolio der Jakob Eschbach GmbH informieren. Und zwar nicht aus der Sicht des Herstellers, sondern aus der Sicht des Anwenders. Also auch aus meiner Perspektive, aus der Sicht der Einsatzkraft der Feuerwehr. In Ihrem oftmals sehr anspruchsvollen und manchmal nicht ganz ungefährlichen Berufsalltag. Heute möchte ich Ihnen einen Überblick verschaffen über das wohl breiteste Spektrum an Feuerwehrschläuchen, was auf dem Markt ist. Das Produktprogramm der Firma Jakob Eschbach. Es zeichnet sich besonders aus durch seine große Bandbreite und Vielfalt und den daraus resultierenden Einsatzmöglichkeiten. Und das bei einem Höchstmaß an Qualität und damit verbundene maximale Sicherheit. Das Produktprogramm umfasst die Klasse 1, Klasse 2 und die Klasse 3 Schläuche. Sowie die Weitbandbekämpfung und Spezialprodukte wie Schlauchpaket, erste Angrasleitung. Starten wir mit der Klasse 1. Hier handelt es sich um unbeschichtete Schläuche mit einer speziellen und hochwertigen Innengummierung. Erhältlich in den Größen A, B, C und der Größe D. Sowie in den Farben Natur, Signal Gelb, Signal Orange und Color Rot. Der Eschbach Panther in der Leistungsstufe 1, der Eschbach Line in der Leistungsstufe 2 und für allerhöchste Ansprüche der Buffalo in der Leistungsstufe 3. Kommen wir zur Klasse 2 und Klasse 3. In der Klasse 2 haben wir den Eschbach Grizzly. Dort ist das Gewebe mit einer speziellen Außenbeschichtung versehen, sodass wir ein erhöhtes Maß an Sicherheit gewinnen und mehr Abriebfestigkeit haben. In der Klasse 3 haben wir den Polydor Rhino. Der Schlauch für die erste Angriffsleitung. Dieser Schlauch hat eine Innen-Außen-Gummierung und dadurch hervorragende Eigenschaften in der Abriebfestigkeit und der Lebensdauer im Innenangriff. Hervorragende Eigenschaften, die für maximale Sicherheit sorgen. Möchte ich noch ein Stück darüber hinaus Maß an Sicherheit haben, empfehle ich den Eschbach Elephant. Der Eschbach Elephant hat zusätzlich um diese Außengemierung noch eine Gewebeschicht versehen, sodass wir bei diesem Schlauch ein maximales Maß an Sicherheit und Abriebfestigkeit haben. Wir reden hier von einer 200-fachen Abriebfestigkeit gegenüber einem Klasse 1 Leistungsstufe 1 Schlauch. Wald- und Vegetationsbrände bekommen auch in unserer Region eine immer höhere Bedeutung. Auch hierzu hat die Firma Jakob Eschbach das passende Produkt, den Eschbach Dragon. Der Dragon ist durch seine spezielle Außengemierung extrem flammenwidrig und hitzebeständig. Es ist ein Klasse 3 Schlauch. Ein weiteres Produkt der Eschbach Familie für die Waldbrandbekämpfung ist der Eschbach White Cat. Der White Cat hat ein Maß von 25 mm im Durchmesser. Dieses macht ihn extrem leicht, super handelbar und durch die spezielle Farbgebung gibt er auch einen hohen Wiedererkennungswert. Der White Cat hat weiterhin eine fest definierte Perforation, die für eine Selbstbefeuchtung sorgt. Und dadurch ist der Schlauch Flammen und Hitze beständig. Weitere Spezialschläuche runden das breite Portfolio der Firma Jakob Eschbach ab. Wie zum Beispiel der formstabile Monoflex-S-Schlauch für den Schnellangriff, die Schläuche für den baulichen Brandschutz, Wandhydrantenschränkschläuche und natürlich unsere Wettkampfschläuche. Für weitere Informationen besuchen Sie Ihren Feuerwehrfachhandel oder informieren Sie sich über unsere Social-Media-Kanäle Facebook und YouTube. Selbstverständlich können Sie auch gerne auf unsere Homepage gehen und sich dort über unsere Produkte informieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Joachim Posanz Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.